Musik Hanna? Ja? Wir haben Mama und Papa noch lange keine Überraschung mehr gemacht. Mir ist ja jetzt Zeit. Ja, wir können das Badewasser einlassen. Ja, genau. Jetzt können wir aber machen, das ist schon eine Stunde später. Ja, genau. Jetzt können wir die Badesachen holen. Ja, ja, ja. Hanna? Ja. Saum fehlt eigentlich noch. Du hast recht. Ich weiß, wie wir uns einen machen können. Ich hole schnell den Feuerlösser. Mama und Papa dürfen mich aber nicht sehen. Ich habe eine Idee. Das machen die Diebe auch immer. Sie plättern einfach durchs Fenster. Warum kann ich das dann nicht machen? Fragt es in die Kommentare, warum das ich denn nicht machen kann. Ich bin doch schon 15. So bitte. Ja. Ihr wisst jetzt sicher nicht, warum ich wieder drinnen bin. Im Wohnzimmer ist der Feuerlösser. Im Wohnzimmer ist der Feuerlösser. Ja, genau. Jetzt hält es mir erst ein. Leise sein. Ganz leise seins. Sonst hört mich noch Mama oder Papa. Da ist er ja. So, hier habe ich ihn. Ich habe ihn jetzt. Ja, das ist toll. Dann fülle ich ihn mal rein. So. Hey, aber der ist doch leer. Kann ein Feuerlösser überhaupt leer sein? Schreibt es doch in die Kommentare. So, alles ist schon vorbereitet. Das Wasser läuft noch. Alles ist perfekt. Oh nein, das Wasser geht über. Was machen wir denn jetzt? Mama kommt schon rauf. Schreibt es mir doch in die Kommentare, wenn ihr wisst, was wir jetzt machen sollen. Nächstes Mal geht es weiter. Ich freue mich schon. Ja. Und ich bin auch sehr gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Tschüss. ich glaube schon, Ich freue mich immer eil. So, ich bin sehr nah. Und ich bin sehr nah. Vielen Dank.